Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße dich zu diesem neuen Video. Heute mit dem Thema Feenkreise, Riesen, geheime Unterwelt, Samadhis, Elementarwesen. Anscheinend hängt das alles miteinander zusammen und ich fange auch mit den Feenkreisen an. An dieser Stelle erstmal danke an Eva, die mir das zugeschickt hat. Und sie hat mir empfohlen, also such mal nach Feenkreisen in Verbindung mit Dr. Stefan Getzin von der Universität Göttingen. Und Feenkreise gibt es jetzt noch nicht so lange. Er hat die selber 1999 zum ersten Mal in Namibia entdeckt. Das sind so 25 Jahre, das ist nicht viel in einer Welt von Radar und Hochtechnologie und allem Möglichen. Und erst seitdem werden diese mysteriösen Kreise überhaupt erforscht. Und ich hatte auch Kontakt mit Dennis, Dennis Matern, der mir über seine Reise zu den Salomonen erzählt hat, weil er dort halt eben mit den Einheimischen sich getroffen hat. Und die haben ihm erzählt über ihre Kontakte mit den dort lebenden, immer noch lebendigen, unter der Erde lebenden Riesen. Und ich weiß genau, was du jetzt denkst. Also unter der Erde lebend, was ist denn mit Dr. Heinrich Kusch? Er hat ja in seinem Buch Geheime Unterwelt, was er mir zugeschickt hat, also auch Danke an dieser Stelle dafür, gesprochen über die Samadhis. Und da schließen sich so viele Kreise. Da möchte ich dich mal in diesem Video Schritt für Schritt einfach mitnehmen. Und dann kannst du dir deine eigenen Gedanken dazu machen. Also wir fangen mal an mit den Feenkreisen. Was sind überhaupt Feenkreise? Auf der Seite ferrycircles.info, also vom Dr. Stefan Getzin, schreibt er, Feenkreise sind runde, kahle Stellen im Trockenrasen, die sich durch eine äußerst geordnete Verteilung in der Landschaft auszeichnen. Die meisten Feenkreise in Namibia, also wo er sie zum ersten Mal entdeckt hat, haben einen Durchmesser von vier bis acht Meter, können aber auch einen Durchmesser von über 20 Meter erreichen. Sie kommen entlang der Namib-Wüste in Nord-Süd-Afrika bis Südangola vor und wurden kürzlich von uns auch in Australien entdeckt. Also sind wirklich ein sehr jung erforschtes Phänomen. Und er schreibt weiter, Ich habe die Feenkreise zum ersten Mal 1999 gesehen, als ich mit einem kommunalen Naturschutzprojekt im Nordwesten Namibias unterwegs war. Und man muss dazu sagen, also er sagt, in Australien wurden die zum ersten Mal 2014 entdeckt, also vor gerade mal zehn Jahren. Und da ist ja schon so weit mit der Technik alles um die Welt erforscht worden. Und da merkt man doch, wie schnell es gehen kann, dass halt eben solche Phänomene, also solche Phänomene, ja, solchen Ausmaßes noch gar nicht erforscht worden sind. Also es ist schon erstaunlich, dass das jetzt erst seit relativ kurzem auftritt. Und ich habe dir auch immer schon Bilder gezeigt, also zum Beispiel von der Seite fairycircles.info, wie groß das ist, also über die ganze Landschaft, wie sich das verteilt. Ja, und auch, also wie das aus der Nähe aussieht, schon besonders, wenn man halt so eine Stelle sieht, wo wirklich nur Sand ist, keine sonstige Vegetation. Ja, und da ist natürlich ganz interessant, wenn es so ein junges Phänomen ist, da stürzen sich natürlich die Wissenschaftler drauf und versuchen, ja, möglichst plausible Theorien zu der Entstehung dieser Feenkreise zu finden. Und auch das will ich dir nicht vorenthalten. Also wir gehen zuerst mal wieder die offiziellen Erklärungsansätze durch und dann möchte ich aber auch, ich sage mal, die Menschen zu Wort kommen lassen, die jetzt sich nicht als Wissenschaftler daran trauen und vielleicht auch, das hat man ja oft das Phänomen, dann auch nicht alles sagen können, um halt ihren Ruf auch nicht zu schädigen. Aber erst mal, ja, machen wir es ganz offiziell. Also die erste Theorie war die Theorie der Termiten, also das Erntetermiten sozusagen in der Mitte dann das ganze Gras wegfressen, also das unterirdische Termitenvölker, genau so einen Kreis runden, also immer diesen Kreis frei halten und sich da ja immer das Gras von oben holen. Und es schreibt auch jemand ein ähnliches Phänomen, gibt es in den Prärien Nordamerikas in Idaho, erzeugen Ameisen Feenkreise. Also das gibt es, das ist gar keine Frage, aber ob das nun für alle Feenkreise gilt, das ist die Frage, beziehungsweise es ist schon widerlegt. Also es ist, ja, es kann auch mal passieren, dass es Termiten sind, aber das ist keine Erklärung für all diese Feenkreise. Dann wurde diskutiert, geologische Begebenheiten, also dass die Gaszusammensetzung des Bodens eine große Rolle spielt, also dass Erdgas ein Stressfaktor für die Vegetation ist, dass dann halt eben der Sauerstoffgehalt des Bodens nicht mehr gegeben ist. Also auch das wird diskutiert oder die pflanzliche Selbstorganisation. Also man liest dann, dass dem Effekt eine Konkurrenz um Ressourcen zugrunde liegt, dass also praktisch manche Pflanzen an so einer Kante noch wachsen und das Wasser fließt dann immer nur in eine Richtung weg, in die andere Richtung nicht. Und so entstehen dann zumindest laut dieser Theorie diese Kreise. Und Stefan Gätzin kommt zu dem Schluss, nein, es ist alles noch mal ganz anders. Das Pflanzenwasserstress, Nicht-Termiten-Pflanzenfresser verursacht, Namibias Feenkreise, kann man sich fragen, ist damit das Phänomen gelöst. Man muss aber auch sagen, naja, also das sind bisher alles Wissenschaftler, die also ausschließlich wissenschaftliche Theorien zulassen, plus zusätzlich, und jetzt kommen wir mal dazu, was noch ein anderer Mensch sagt, der da lange geforscht hat, naja, viele von denen sind halt auch wirklich nur zu Kurz-Trips dahin geflogen, haben sich das angeschaut, haben dann ihre Theorien entwickelt, aber sind nicht lange dort geblieben. Und jemand, der wirklich mal über viele Jahre das erforscht hat, das ist der Walter Tschinkel. Und der wird in einem Artikel von ScienceMag.org zu Wort kommen gelassen, unter dem wirklich spannenden Titel, Geheimnisvolle Feenkreise sind lebendig. Schreiben Sie, nur sehr wenige Forscher haben sich die Zeit genommen, die Feenkreise zu untersuchen. Und ihre Arbeit basiert normalerweise auf opportunistischen Experimenten, die auf Kurz-Trips durchgeführt werden, sagt Tschinkel. Es gibt kein Programm, das sich wirklich darauf konzentriert, das herauszufinden. Und ein Forschungsartikel von ihm aus dem Jahre 2012, also wo er auch zu den Feenkreisen forscht, da äußert er sich deutlich vorsichtiger als eben genau diese Forscher, die dazu Kurz-Trips hinfliegen und dann halt ihre Theorien entwickeln. Ja, also hier nur mal ein kurzer Ausschnitt. Die Ursachen dieser sogenannten Feenkreise sind unbekannt, obwohl eine Reihe von Hypothesen aufgestellt wurden. Er selbst hat Langzeit-Satellitenbeobachtungen gemacht, über vier Jahre, und hat dann halt auch wirklich herausgefunden, dass diese Feenkreise also lebendig sind, dass sie wachsen, dass sie schrumpfen. Hier nur noch mal ganz kurz ein Ausschnitt aus diesem ScienceMag-Artikel. Er wandte sich den Satellitenbildern zu. Also der Herr Tschinkel durch den Vergleich von Fotos, die über einen Zeitraum von vier Jahren aufgenommen wurden, bestätigte er etwas, was andere Wissenschaftler vermutet hatten. Die Kreise waren lebendig oder zumindest dynamisch. In diesem Zeitraum entstanden und verschwanden eine Reihe von Kreisen. Tschinkel berechnete anhand der Daten, dass die meisten kleineren Kreise alle 24 Jahre entstehen und verschwinden, während größere Kreise bis zu 75 Jahre bestehen. Insgesamt betrug die durchschnittliche Lebensdauer 41 Jahre. Und damit sind dann natürlich auch einige der Hypothesen recht fragwürdig. Also ob das nun mit dem Pflanzenwasserstress oder mit den Termiten hinkommen kann, wenn es über so einen langen Zeitraum geht. Das ist dann da natürlich so ein bisschen in Frage gestellt. Hier mal ein paar Bilder. Also es gibt wirklich die Geburt solcher Feenkreise. Sie haben einen Lebenszyklus. Es gibt auch, also zum Beispiel, er zeichnet sie als Ghosts. Das sind dann Kreise, die plötzlich verschwinden, wo man nur noch den äußeren Ring erkennt und die in der Mitte dann auf einmal wieder bewachsen sind. Also auch das widerlegt ja praktisch die vorher aufgestellten Hypothesen der anderen Wissenschaftler. Super spannend. Und deswegen, also das ist jetzt mal die offizielle Seite, bin ich der Meinung, lassen wir doch mal auch andere Menschen, die jetzt vielleicht nicht als Wissenschaftler auftreten müssen, zu Wort kommen. Zum Beispiel die Einheimischen. Was sagen die denn dazu? Das ist hier auch aus dem Science-Mag-Artikel. Weil der Schinkel hat das Geheimnis der Feenkreise vielleicht nicht gelöst. Aber er kann ihnen sagen, dass sie leben. Zehntausende dieser Formation, kahle Landflächen mit einem Durchmesser von zwei bis zwölf Metern, bedecken Graslandschaften vom Süden Angolas bis zum Norden Südafrikas, deren Ränder oft durch einen hohen Grassaum markiert sind. Und jetzt kommt es, Einheimische sagen, es seien die Fußabdrücke der Götter. Da sollte man auf jeden Fall hinhören, wie ja auch zum Beispiel Tim von Lindenau sagt. Also wirklich, liebe Wissenschaftler, hört auf die Volkssagen und lasst diese lange gewachsenen und auch übertragenen Geschichten auf jeden Fall immer mit einfließen. Wir gehen gleich nochmal dahin. Erstmal vielleicht auch noch ein anderer Artikel von Freenet, der das nochmal mit den Kornkreisen auch in Verbindung bringt. Sie schreiben, also sie beginnen mit Kornkreisen und schreiben dann weniger bekannt, indes ist die Tatsache, dass schon im Mittelalter solche Erscheinungen bekannt waren, also Kornkreise. Gerne brachte man diese mit dem Teufel in Verbindung und nannte sie deshalb Teufelskreise. Aber auch den sagenhaften Feen wurde eine Verbindung zu dem Phänomen nachgesagt, denn diese Fabelwesen sollen dort in Kreisen, also Feenringen getanzt haben, wie es die Folklore erzählt. Und das habe ich auf jeden Fall bisher von Tim übernommen. Hör da wirklich ganz genau hin, diese ganzen alten Überlieferungen, also Volkskunde, die Erzählung und teilweise auch in Märchen, wie es dann natürlich von Menschen aufgeschrieben wurde, die was gehört haben und wieder versucht haben, das irgendwie für sich gerade zu rücken und einzurücken. Aber oftmals ist es ein wirklich sehr, sehr wahrer Kern in diesen Geschichten, den es natürlich dann erst mal herauszuschälen gilt. Ach so, oh, und zu den heutigen Kornkreisen noch ein Wort. Also die meisten Kornkreise, wenn man sich damit beschäftigt, sind natürlich von Menschen gemacht. Also es gibt ganze Kornkreisgruppen oder auch Fälschergruppen, die dann halt wirklich mit allen möglichen Materialien diese Kornkreise machen. Und es ist aber auch interessant, es gibt immer wieder wenige Kornkreise, die eben nicht erklärt werden können. Also da sind dann halt Kameras und man sieht wirklich, dass die innerhalb weniger Minuten entstehen. Und es gibt auch Remote Viewer, die dann also wirklich ganz, ganz lange Remote Viewing Sessions machen und auch herausfinden. Also wenn da jetzt Menschen halt eben hingegangen sind, das sieht man über das Remote Viewing. Aber es gibt immer ganz wenige Kornkreise, wo sie zum Beispiel sagen, also hier mal ein Bild, da war ein Objekt, eine Lichtkugel, die das wie nach oben gesogen hat oder die wie im Boden ein Muster magnetisch angelegt hat und dann hat sich das Korn dann halt eben so gelegt. Also das ist halt wirklich ein ganz interessantes Phänomen. Und jetzt kommen wir mal zurück zu diesen Feenkreisen. Ich will damit nur eins sagen, dass natürlich viel kann immer erklärt werden und man sollte nicht immer in das eine oder andere Extrem verfallen. Aber, und das habe ich gelernt, dass wirklich ein Prozentteil dieser Phänomene nicht erklärt werden kann beziehungsweise wirklich einen Hintergrund hat, der eben nicht wissenschaftlich erklärt werden kann und der wirklich eine ganz, ganz interessante Spur in sich trägt. Und wenn nur ein Prozent, zwei Prozent dieser Phänomene halt also wirklich, ich sage jetzt mal, einen übersinnlichen Hintergrund haben, dann bedeutet das ja schon, dass wir also unser Weltbild hinterfragen dürfen und das mit aufnehmen dürfen und uns dann fragen, ja, wie gehen wir denn mit diesem Phänomen vielleicht ein bisschen achtsamer und liebevoller um. Und da schließt sich auch der Kreis, im wahrsten Sinne des Wortes, der Ring zu einem anderen Phänomen, den das ja viele meiner Zuschauer kennen, zum Beispiel die Hexenringe oder Phänringe, vielleicht mal ganz kurz, was ist das? Also Vicky schreibt natürlich auch wieder die offizielle Sichtweise, Hexenringe oder Phänringe, als Hexenringe oder Phänringe werden halbrunde oder runde Wuchsbilder von Pilzfruchtkörpern bezeichnet, die dadurch entstehen, dass das Mycel eines Pilzes in alle Richtungen gleich schnell wächst. So manche Menschen sagen auch Hexenkreise dazu und das sind halt wirklich so, ja, also einfach Kreise aus Pilzen, die meisten kennen das wahrscheinlich vom Großvater unseres Waldes, der, also König unseres Waldes, der Großvater Amanita, also der Fliegenpilz und das machen aber auch andere Pilze und einige Menschen, die diesem Phänomen nachgehen, die sehen eine Verbindung zwischen Feenkreisen und Hexenringen, zum Beispiel hier ein Video, also wirklich über beides, wo sie halt auch schreiben, man findet in der Natur manche rätselhaften Kreisformen, die sogenannten Hexen- oder Feenringe bei Pilzen, Kornkreise in Getreidefeldern, Kreise im Gras oder in der namibischen Wüste. Kreis und Spirale sind Grundformen der Welt und des Lebens, die man immer wieder bestaunen darf, selbst wenn es manchmal gute Erklärungen dafür gibt. Der Name stammt daher, dass man früher dort Feen beziehungsweise Hexen am Werke sah und also ganz wunderschöne Bilder auch dazu, wie die Feen um die Fliegenpilze tanzen, manchmal auch über so die kleinen Fliegenpilze, also wirklich drüber springen und hier auch mal wunderschöne Bilder von Hexenkreisen aus Fliegenpilzen und noch ein anderes Video habe ich gefunden, wo derjenige sagt, ja also in diesen Kreisen tanzen nachts die Elfen und die Naturgeister und er sagt auch, es ist nicht gut, dort hineinzutreten oder sich hineinzulegen, denn das könnte die Naturgeister verärgern. Jetzt sind wir schon mittendrin in der Welt der Elementarwesen und da möchte ich gerne noch was mit Detail, was mit den Riesen zu tun hat. Da hatte ich ein sehr interessantes Gespräch mit Dennis Matern, also er hat auf der Seite wandelndegedichte.de Der Ruf der Riesen den Trailer zu seinem Film veröffentlicht und er war auf den Salomonen mit seiner Familie, also Ende Mai 2023 war er dreieinhalb Monate dort ja auf den Salomonen und hat dort praktisch die einheimischen Völker besucht und hat sich mit denen unterhalten über deren Kontakt noch mit den aktuell dort lebenden Riesen. Wir haben zwei Stunden telefoniert, ich will es nur ganz kurz mit aufnehmen, weil nämlich, also wenn man jetzt von Riesen hört, dann denkt man, ja das sind so, die laufen da rum, aber er hat gesagt, naja, also erstmal musste er eine Zeremonie machen und am nächsten Tag ist er dort eben hingegangen, wo ich dachte so, wow, das ist ja also wieder mal eine Verbindung zu dem, also was auch meine Arbeit zum großen Teil ausmacht. Er hat mir dann erzählt von Steintoren, die man sozusagen nur mit Passwörtern öffnen kann, bevor man durchgehen kann, aber das sind halt feinstoffliche Tore und auch die Riesen sind jetzt nicht, also riesengroß und die können sonst nichts weiter machen, also sagen ja viele dann, das würde ja schon längst aufgefallen sein, sondern er sagt, sie können ihre Form verändern, sie haben die Materie überwunden und besitzen die Fähigkeit, sich zu verfeinstofflichen und können sich allerdings auch vergrobstofflichen, aber haben natürlich dann auch die Chance, also eine bestimmte Größe anzunehmen und er sagt halt auch und da ist die Verbindung zu Dr. Heinrich Kusch, dass sie in Familienverbänden unter der Erde leben, dass sie ein enormes Heilwissen haben, also auch wirklich dann von den Völkern manchmal, also das erzählen dann die Einheimischen, dass sie da einen kranken Mann mitgenommen haben, der war dann ein paar Tage bei denen und danach ist er halt wirklich regeneriert zurückgekommen und da habe ich natürlich dann auch gleich gedacht an Dr. Heinrich Kusch und in seinem Buch Geheime Unterwelt gibt es ja auch einen Vortrag dazu, da spricht er ja über unterirdische Höhlen, in denen sich die Samadhis befinden, also hier ist ja mal ein Bild aus seinem Vortrag vom Sölkpass und das ist gleich das zweite Kapitel seines Buches von Samadhis und Himmelserscheinungen und da will ich dir nochmal einen kurzen Ausschnitt von zitieren. Er schreibt, über solche Wesen im Samadhi-Zustand berichtete im Jahre 2017 auch der renommierte russische Augenarzt Dr. Ernst Mulderchef aus Moskau in seinem Buch Das dritte Auge und der Ursprung der Menschheit worin er über seine mehr als zwei Jahrzehnte andauernden Forschungen in Indien, Tibet und Nepal berichtete. Darin beschreibt er zu diesem Thema wie er mit den unterirdischen Orten beziehungsweise Höhlen in denen sich diese Wesen einer früheren Zivilisation auf unserer Erde im Samadhi-Zustand befinden sollen in Berührung kamen. Er berichtet über die zukunftsorientierte Funktion dieser von tibetischen Mönchen als Genpool für die Menschheit bezeichneten angeblich jahrtausendelang schlafenden Wesen in den unterirdischen Plätzen die über unseren gesamten Planeten verteilt vorhanden sein sollen. Zumindest in den Himalaya-Regionen werden diese Orte heute noch von Wächtern und deren Stellvertretern vor der Öffentlichkeit geschützt und bewacht die oft ihr Leben lang diese einsamen Orte sichern um sie vor der Zerstörung zu bewahren. Wer oder was sind nun diese Wesen die Samadhi genannt werden? Dr. Muldashev berichtet in seinem Buch im Kapitel 5 über ein Gespräch mit Swahim über die geheimnisvollen Samadhi. Dieser erzählte ihm dass es auf unserem Planeten in der Vergangenheit bereits mehrere hochentwickelte Zivilisationen gegeben hatte. Diese wurden durch Kataklysmen teils durch eigenes Verschulden vernichtet. Er meinte dass die Rückständigkeit unserer eigenen Zivilisationen es nicht zulässt das überlieferte alte religiöse Wissen vollständig zu begreifen. Bei Samadhi handelt es sich um einen besonderen Zustand der tiefen Meditation eines menschlichen Wesens. Weiters erklärte er dass diese erstarrten Körper von den alten Zivilisationen in geschützten Bereichen wie Höhlen oder Felskammern vor vielen Jahrtausenden deponiert worden sind damit diese in der Zukunft als Genpol dienen können. Und wen wundert's es gibt mindestens noch an zwei oder vielleicht sogar an mehreren Orten in Österreich ebenfalls solche unterirdischen Anlagen mit Samadhis die seit vielen Jahrhunderten von der Kirche bewacht und möglicherweise von hohen Adelshäusern noch heute beschützt werden. Ganz ganz spannendes Buch wo er ganz viel darauf eingeht und jetzt noch mal ganz kurz zu dem Dennis Matern weil der sagt ja auch diese ganze Hexenverbrennung hatte damals zumindest mit die Intention die Menschen auszulöschen die Kontakt haben zu diesen innerirdischen Völkern und auch eben Handel getrieben haben und er sagt allerdings dieser Kontakt der kehrt anscheinend zurück und ist halt auch gewünscht also auch das was er da halt vor Ort erlebt hat was ihm die Einheimischen gesagt haben da kommt er zu dem Schluss es ist anscheinend wieder an der Zeit diesen Kontakt aufzunehmen also von uns aus wir können das auch machen allerdings sollten wir natürlich in der richtigen achtsamen Intention das machen aber anscheinend ja ist das gewünscht dass sich die Menschen auch aus anderen Ländern wieder mit diesem alten Wissen verwurzeln wie er sagt und das ist auch ganz ganz interessant er meint das ist ja spannend wenn die Riesen sich zeigen dann zeigen sich danach vielleicht auch die anderen Völker und die Menschen brauchen anscheinend auch was riesiges um aus ihrem Schlaf aufzuwachen und auch Tim von Lindenau mit dem ich ja auch lange telefoniert habe meint zu mir Kai du wenn du mal wieder so eine Zeremonie machst dann sprich doch einfach mal mit denen also nimm doch telepathisch Kontakt mit den unterirdisch lebenden Völkern auf ja und dann warte doch mal was passiert und aus seiner Sicht ja sie entscheiden wie es dann weitergeht Tim von Lindenau sagt ja sind die unterirdischen Völker die von unten das verfüllt haben eben wegen dieser also kränkelnden Gesinnung des Menschen aber auch andersrum wenn ja wenn unsere Gesinnung offenen Herzens ist ja wenn das wenn das also wirklich ja also von von Herzensinteressen getragen ist dann sind sie anscheinend nicht abgeneigt diese Kommunikation auch wieder aufzunehmen ein super spannendes Thema sage ich dir ich wollte jetzt erstmal das ganz grob mit dir teilen ich werde da auf jeden Fall noch tiefer reingehen und dir auch diese tieferen Details dann gerne teilen für dieses Video soll es das erstmal gewesen sein ich bin sehr sehr gespannt auf deinen Kommentar schreib mir das unten in den Kommentarbereich und ansonsten vielen vielen Dank fürs Zuschauen danke wie immer an dieser Stelle an alle Menschen die mich und meine Arbeit unterstützen und wir sehen uns dann in einem meiner anderen Videos wieder mach's gut und bis zum nächsten Mal ciao dein Kai Brenner bis zum nächsten Mal